hallo meine lieben es ist soweit wir machen eine neue monatsdeko zusammen und ich habe mir schon ein bisschen was zurecht gesucht ich hoffe es gewittert jetzt nicht zieht ganz schön zu ich habe dieses kusui ich spreche es bestimmt wieder verkehr aus dieses wasser tape mir in dünnere streifen zurecht geschnitten auf meine fisker und dann habe ich aus einem sample die schwänchen ausgeschnitten und von dem tape von hobby lobby die diamanten die ich gern verwenden möchte ja und jetzt fange ich einfach mal an mir das wunder zu fremeln und ich sehe gerade ich habe eigentlich recht viel platz ich habe das extra kleiner geschnitten könnte ich ja doch ein stück größeres stück nehmen jetzt muss ich mir das sandtapen stück wegnehmen dieses wasser tape hier unten hin machen für die schwäne so war zumindest die idee man hat leider immer nur so ein stückchen wasser und dann ewig viel strand als wäre ein bisschen strand auch gern bescheid sagen ich hätte da ein bisschen was über so gut jetzt ist da vielleicht zu viel stückchen runter macht ja nix es gewittert es fängt jetzt echt an verdammt ich hasse gewitter ich hasse es so sehr das könnt ihr gar nicht ich kann nicht vorstellen ich mag ich habe das sogar ein stück von einem anderen was ist das aus der andere seite doch mal die schere kurz schneiden oder mit knippen so ich glaube ich tue jetzt erst mal ich mag kein gewitter das muss ich doch erst mal schauen weil ich habe überlegt das kann ich ein bisschen zu langweilig eventuell eventuell und habe mir von diesem tape hier das hat blaue pünktchen dazwischen ich versuche das euch mal so zu zeigen ich habe mich heute richtig böse mit dem finger geschnitten das hört gar nicht auf zu bluten ganz schlimm ja das habe ich kleiner geschnitten ich musste jetzt mal kurz jammern ein bisschen mitleid so hatte ich überlegt hoch da irgendwie mit drüber zu machen oder ein stückchen weil das ja dann auch in den diamanten wieder auftaucht das gold jetzt mal kurz gucken wie das aussieht ja doch gefällt mir ganz gut und dann dass ich das gleich so wie und hier machen wir noch ein stück von der seite so und ich verteile das jetzt erstmal also die spielten oder mache ich hier oben auch gleich noch ein bisschen was rein ich habe überlegt ob ich hier oben auch was da hin oder lasse ich die nur unten ich klebe ist irgendwas wichtiges am 31 ich glaube nicht ein bisschen platzes noch zu einschreiben oder ach ich muss den hier rüber setzen das finde ich süß und nehme ich einen schwarzen hin hört ihr das? das rumbelt ganz, ganz, ganz doll gerade huch hm 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 ich möchte auf jeden Fall den schwarzen mit benutzen finde ich irgendwie niedlich so hm hm komm her und dann nehmen wir noch den hier der sich putzt oder der ne oder der kleine ne 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 ich ich wollte unbedingt die diamanten hier noch benutzen weil ich die so toll fand ich glaube ich lasse die nur unten noch mal kein wasser oben das sieht irgendwie komisch aus jetzt finde ich wenn ich hier oben noch was hinmach weil ich immer oben irgendwas hinmach aber wenn ich jetzt oben noch mal wasser hinmach nee das machen wir nicht das soll mal ein bisschen simpler und finde ich so niedlich die kleinen ich bin jetzt noch ein bisschen mehr mh 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 in jeder Seite 3, damit es gleich aussieht und was ich auch eigentlich ganz cool finde, dass diese Tapes von Hobby Lobby auf Papier sind also es ist zwar wenig drauf, aber es ist auf Papier drauf also ihr könnt das super Washi Stinger drausschneiden im Prinzip was ich jetzt auch gemacht habe eben das finde ich irgendwie ganz cool das müsste man, auch wenn es eigentlich bei größeren Tapes wieder doof ist eigentlich bei jedem machen so könnte man wieder Sticker, es vereinfacht die Washi Tape Sticker Schnebbelei, ungemein so, ja, das gefällt mir ganz gut das ist mal ein bisschen schlichter aber das gefällt mir total die Diamanten sind so oh, die sind so süß so, und dann brauche ich gar nichts nachlocken die sind mal wahnsinn so, meine Monatsübersicht da ist es ach, ich brauche irgendwie brauche ich wahrscheinlich doch hier einen anderen Halter hoch oder muss mir das höher fixieren ja, das ist es schon Mensch, das ging ja fix ja, ich hoffe es hat euch gefallen, meine Lieben und ich wünsche auf jeden Fall euch ein wunderschönes Wochenende und ich denke mal dann bis später weil ich muss ja meine eine Wochendeko auch noch machen ja tschüss tschüss